Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Kaffee-Vollautomaten mit Touch-Display. Modelle mit dieser Technik sind meist in der Oberklasse angesiedelt. Wir möchten euch heute aber fünf verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern und auch aus verschiedenen Preisklassen vorstellen. Alles mit dem Ziel, damit ihr den perfekten Kaffee-Vollautomaten mit Touch-Display für eure Anforderungen und auch euren Geldbeutel finden könnt. Also viel Spaß nun bei diesem Video. Wenn ihr weitere Informationen zu den Kaffee-Vollautomaten braucht oder diese auch sofort bestellen wollt, dann schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind alle Modelle verlinkt. Starten wir das Video nun aber mit dem ersten und auch günstigsten Modell, der Krups Intuition Preference. Dieser Kaffee-Vollautomat kommt mit einem kleinen 3,5 Zoll Farbdisplay, welches auch gleichzeitig aber als Touch-Display fungiert. Außer der Menü-Taste und der An- und Austaste besitzt dieses Modell also keinen weiteren Bedienknöpfe. Alles wird hier nur über das Touch-Display geregelt. Hier hat man die Auswahl von elf verschiedenen Getränkespezialitäten, sowie auch die Möglichkeit, diese verschieden zu personalisieren. Beispielsweise kann man hier die Füllmenge, die Temperatur oder auch die Brühstärke einstellen, sowie auch individuell Milch dazugeben. Denn ja, das Modell verfügt auch über einen Milchtank. Dieser ist 600ml groß und sorgt dafür, dass man hier auch allerhand Milchkaffee-Rezepte genießen kann. Sehr gut gefällt uns, dass wir beim Krups Intuition Preference für diesen relativ günstigen Preis schon sehr viele Funktionen dabei haben. Unter anderem auch moderne Sonderfunktionen, wie das Farbdisplay, sowie auch die verschiedenfarbige LED-Beleuchtung. Mehr zur Krups Intuition Preference, dem Kaffee-Vollautomat mit Touch-Display aus der günstigsten Preisklasse über den ersten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zur Philips 5400, dem nächsten Kaffee-Vollautomaten mit Touch-Display, den wir vorstellen wollen. Sofort fällt hier eine Sache auf und zwar, dass das Display wesentlich größer ist. Dieses zieht sich fast über die gesamte Breite des großen Bedienpanels, ist dadurch außerordentlich übersichtlich und bietet eine einfache Bedienung der Maschine. Auswählen kann man hier per sofortigen Knopfdruck zwischen zwölf verschiedenen Kaffeespezialitäten. Durch den am Vollautomat integrierten Milchbehälter sind hier auch sämtliche Milchkaffee-Spezialitäten möglich. Und auch die Personalisierung seines Lieblingskaffees ist über das Display einstellbar. Vornehmend kann man hier verschiedene Einstellungen, beispielsweise der Malgradstärke, der Aromastärke in fünf verschiedenen Stufen, der Temperatur, sowie auch der Füllmenge von Kaffee und Milch. All das lässt sich hier in vier verschiedene Benutzerprofile plus einem zusätzlichen Gasprofil abspeichern. Und ist durch die, wie gesagt, reine Größe des Displays, aber auch durch das Betriebssystem des Vollautomatens hier alles sehr leicht vorzunehmen. Auch kann das Modell durch eine insgesamt sehr moderne Optik überzeugen. Alles ist hier sehr formschön und abgerundet. Dominierend tut die Optik, wie gesagt, das große Display oben an der Front. Aber auch alle weiteren Werte sind hier top. Die Größe des Wasserbehälters, des Bodenbehälters, sowie auch die verschiedenen Reinigungs- und Wartungsprogramme des Modells. Kleiner Manko vielleicht ist die Größe des Milchbehälters. Dieser könnte mit 260 Milliliter doch noch etwas größer sein. Ansonsten ein, wie wir finden, Top-Modell. Mehr Infos zum Philips 5400 über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Nun machen wir preislich doch schon einen größeren Sprung nach vorne. Und zwar zum nächsten Modell, der Primadonna Soul Perfetto von DeLonghi. Bei diesem beliebtem Vollautomaten handelt es sich um ein Modell mit großem 4,3 Zoll Farbdisplay, über das man direkt Zugriff auf 18 verschiedene voreingestellte Kaffee-Rezepte bekommt. Die Bedienung ist auch hier wieder sehr, sehr einfach. Das Display reagiert schnell und flüssig auf die Bewegungen und seinen Lieblingskaffee hat man hier dadurch ständig auf Abruf. Aber natürlich lassen sich hier auch individuelle Einstellungen zu seinem Lieblingskaffee vornehmen. Alle wichtigen Veränderungen kann man hier über das Touch-Display einstellen, wie beispielsweise die Aromastärke, die Brühtemperatur oder die Kaffee-Füllhöhe. Auch Milchkaffee ist hier ganz einfach möglich. Dafür gibt es hier einen Milchbehälter, der sich DeLonghi-typisch sehr gut in das Gesamtdesign der Maschine einfügt. Besonders überzeugt uns dieses Modell durch seine hohen Kapazitäten. Der Bohnenbehälter zum Beispiel hat ein Fassungsvolumen von 500 Gramm Bohnen. In den Wassertank passen 2,2 Liter rein. Und auch der Milchbehälter reicht mit seinen 600 Milliliter Füllvolumen für viele Einsätze aus. Das besondere Feature bei diesem Modell ist aber vermutlich seine App-Steuerung. Über diese kann man den Vollautomaten anschalten und sollte sich zumindest eine Tasse oder ein Glas unter dem Auslauf befinden, auch ohne sich direkt am Automaten selbst zu befinden, seinen Kaffee brühen. Auch weitere Zusatzfunktionen, die jetzt hier den Rahmen des Videos sprengen würden, besitzt das Modell unter anderem die Bean Adapt-Technologie, die Long Coffee-Funktion, sowie auch das besondere Latte-Cremersystem von DeLonghi. Alle weiteren Infos zu diesen Technologien und generell zum Vollautomaten findet ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Modell auch, sollte es euch zusagen, direkt bestellen. Für knapp 100 Euro mehr bekommt man das nächste Modell, und zwar den Siemens Kaffee-Vollautomaten Eco 700 Integral. Dieser ebenfalls sehr beliebte Vollautomat ist zusammen mit dem fünften Modell, das wir euch im Anschluss vorstellen, das Modell der neuesten Modellreihe. Er kommt aus dem Jahr 2020, wohingegen die drei zuvor vorgestellten Vollautomaten alle aus dem Modelljahr 2020 kommen. Das muss aber nicht unbedingt etwas zu bedeuten haben. Schauen wir uns mal die reinen Fakten an. Mit an Bord ist ein sehr großes 5 Zoll Farbdisplay mit Touch-Funktion. Über dieses lassen sich unzählige verschiedene Kaffeespezialitäten auswählen. Angeboten werden einem hier direkt 21 verschiedene Kaffeespezialitäten aus aller Welt. Aber nicht nur diese Anzahl ist beeindruckend, sondern auch die Anzahl der individuell abspeicherbaren Kaffeespezialitäten. Denn ja, natürlich kann man hier auch bei der Siemens EQ 700 das Aroma, den Mahlgrad, die Temperatur und auch die Füllhöhe von Kaffee und Milch individuell einstellen und diese abspeichern. Nicht aber etwa in vier oder in acht Profilen, sondern hier insgesamt in 30 verschiedenen Profilen, beziehungsweise 30 verschiedene Getränke, die man hier anlegen kann. Dafür, dass man immer einen perfekten Kaffee hat, sorgt auch das Eye Aroma System von Siemens, welches für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Keramikmalwerk, Durchlauferhitzer, Wasserpumpe und Brüheinheit sorgt, wodurch das maximale Aroma aus den Boden herausgeholt wird. Zu allen vier genannten Einheiten könnt ihr euch weitere Infos noch über den vierten Link in der Videobeschreibung anschauen. Die EQ 700 überzeugt zudem auch durch ihre hohen Kapazitäten. 2,4 Liter beim Wassertank haben wir hier, der absolute Spitzenwert im Vergleich, sowie auch ein relativ großes 350 Gramm Bohnenfach. Weitere Funktionen der EQ 700 von Siemens sind die App-Steuerung, das automatische Reinigungssystem, nicht nur der Brüheinheit, sondern auch beispielsweise des Milchbehälters, sowie auch die Tassenwärmerfunktion und natürlich die Doppelauslauffunktion. Beim Siemens EQ 700 handelt es sich um einen der modernsten Kaffeevollautomaten auf dem Markt. Ein großes Farbdisplay, App-Steuerung, ein sehr modernes und ansprechendes Design, hohe Kapazitäten beim Wasser- und Bodenbehälter, sowie unzählige verschiedene Kaffeespezialitäten zur Auswahl und die Möglichkeit, auch noch mehr Spezialitäten individuell abzuspeichern. Nicht umsonst einer der auch aktuell beliebtesten Kaffeevollautomaten auf dem Markt. Mehr Infos zur Siemens EQ 700 gibt es über den vierten Link in der Videobeschreibung. Als fünftes und letztes kommen wir nun zum hochpreisigsten Kaffeevollautomaten, dem Seco Celsis Suprema. Dieser holt sich aber auch in Bezug auf das Touch-Display gleich den Bestwert, was die Größe angeht. Er besitzt nämlich ein ganzes 7,8 Zoll großes Farbdisplay. In einer kleineren Ausführung ist das Modell auch noch mit einem 5 Zoll Farbdisplay vorhanden. Hier ist es auch nochmal um einige Euros günstiger. Das ist im Endeffekt dieselbe Modellreihe, bleiben wir aber beim Celsis Suprema mit dem großen 7,8 Zoll Display und sprechen gleich den Punkt an, der hier am meisten auffällt, nämlich das insgesamte sehr, sehr moderne, elegante Design der Maschine. Dafür sorgt, wie gesagt, erst einmal das große Display, welches wirklich oben über die gesamte Bedienoberfläche geht. Knöpfe gibt es hier überhaupt keine mehr, alles wird nur noch über das Display geregelt. Zudem sind hier aber auch sehr stark verarbeitete Edelstahlelemente dabei. Alles ist hier abgerundet und sehr, sehr schlüssig, angefangen vom Bodenbehälter über die Maschine an sich bis hin auch zum Milchbehälter. Dieser 600ml große Milchbehälter steht abseits der Maschine, was uns hier nicht so gut gefällt, da das einfach ein wenig mehr Platz wegnimmt. Das ist aber, abgesehen vom Preis, auch schon so der einzige Nachteil der Celsis Suprema. Ansonsten überzeugt sie nämlich durch 22 sofort abrufbare Kaffeespezialitäten, der Bestwert in diesem Vergleich und auch 8 verschiedene Benutzerprofile, in denen man verschiedene Kaffeesorten individuell abspeichern kann. Die Einstellung seines individuellen Kaffees gefällt uns hier besonders gut, da das nicht nur sehr, sehr gut aussieht, sondern auch super einfach durch die verschiedenen Drehregler funktioniert. Durch sieben verschiedene Parameter, mit denen man seinen Kaffee individuell einstellen kann, hat man hier quasi unendlich viele Möglichkeiten, sich seinen Traumkaffee zu erstellen. Ansonsten greift man, wie gesagt, auf eine der unzähligen Direktspezialitäten zurück und lässt sich von dem überzeugen, was Seco voreingestellt hat. Sonstige wichtige Funktionen sind hier natürlich auch dabei, sämtliche Wartungsfunktionen, die Coffee Maestro Funktion, in der man verschiedene Geschmacksprofile auswählen kann, sowie auch die WLAN-Konnektivität, durch die man das Gerät zwar leider nicht mit einer App steuern kann, dafür aber automatische Firmware-Updates bekommt, womit die Kaffeespezialitäten noch aktueller und leckerer werden. So, das war es nun aber mit den besten Kaffee-Vollautomaten mit Touch-Display. Das Modell mit dem größten Display, aber auch mit dem größten Preis, haben wir euch hier als letztes vorgestellt. Link auch dazu in der Videobeschreibung.